Ha, mein Video ist fast vorbei, wollte ich sagen. Na gut, okay. So, ich grüße euch meine Freunde zur Weidelrunde. Na, ich versuche hier gerade ein bisschen durchzukommen. Irgendwie, äh... Dieser Paul wird basiert mit Rätsel bestückt. Eigentlich relativ lasche Rätsel, aber man sieht es halt nicht beim ersten Mal. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten mit meinem Bettmobil machen. Was ist das denn? Komisch. Oh, oh. Was ich da gerade gemacht habe. Ja, dann fliegt wir doch hoch, du Trottel. Achso, wir sind jetzt gefangen. Ja gut, das kann natürlich sein. Also muss ich auf jeden Fall was im Bett probieren machen. Oh, was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Achso. Zieh durch, zieh durch. Weiter wird es mit dem Bohrern nicht gehen. Äh, das war falsch. Okay, jetzt kann ich erstmal wieder hier runter gehen. Leider wird es mit dem Bohrern nicht gehen, wenn das klar. So, auf jeden Fall erstmal hier, kann man jetzt wieder runter gehen. Mal gucken, was hier noch passiert. Achso, jetzt kann ich natürlich das Ding auch merzen. Auf einen Sekunden, ich komme. Ich glaube, ich muss hier mit dem Bettpuppe rein. Sie scheinen sich ganz in der Nähe des Commissioners zu befinden. Ja, aber dieser Tunnel führt in die falsche Richtung. Durchsuch alle Pläne, die du finden kannst. Ich tue, was ich kann, Sir. Versuchen Sie sich nicht zu verlaufen. Nicht. Hm. Ich muss hier im Becken bringen. Wie lange. Komm ich jetzt hier hoch? Gar nicht. Okay, na dann. Halt nicht. Schau, ob das nur richtig ist. Es ist egal, ich muss ja nicht zurücklaufen. Ich kann ja auch versuchen, mit dem Bettpuppe irgendwas weiterzumachen. Schauen wir mal an. Oh, er stürzt, ey. Da finde ich die falsche Richtung, hat er ja schon gesagt. Ich sehe, ich müsste Meilen laufen. Ich muss nur mit dem Bettpuppe hier lang. Ich glaube, das ist doch bald gar nicht, dass es jetzt hier... Nee, ich muss mit dem Bettpuppe hier lang flucht. Ach, nö. Verdammt. Mach ich das jetzt richtig, ey? Scheiße. Ja, jetzt komm ich hier nicht mehr hoch, ey. Verdammt. Ich mach hier was falsch. Das ist falsch, das ist einfach nur falsch. Das ist einfach nur falsch, was ich jetzt hier gemacht habe. Ja, wie kann man denn mit dem Bettpuppe jetzt da hoch, ey? Das ist genau so ein Rätsel, wo ich es beim ersten Mal überhaupt nicht sehe. Ich muss ja aber eigentlich da lang. Ach, ich trottel, na klar, ich kann das Ding doch wieder... Mensch, was machst du denn, ey? Ich kann das Ding doch wieder hochschrauben. Ich will doch mal. Mann, 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 Mann. Stell ich mich durch dich an. Jetzt kann das Ding doch bestimmt wieder hochschrauben. Ach, nee, nee, nee. Schön zeitverbeugnet, dusstig angestellt, aahhh, ja gut. So, das ist los hier in die Hütte. Ja, einfach kann das gehen. Guck mal, Batman überfahren. So, mal gucken, wie es hier weiter geht. Mann! Was denn das? Ich hab gefragt, ob es das in Schwarz gibt. Aber dann wärst du bloß neidisch geworden. Du dachtest doch nicht, dass ich vor uns wäre, oder? Nein, das weißt du doch besser. Wer zu Boden fällt, muss sich wieder aufraffen. Ja, das hab ich von einem alten Freund gelernt. Achso, ich muss ihn. Ich muss ihn ja allarkieren, irgendwie. Okay. Er ist übel schnell mit dem Bohrer. Das ist so, so, so. Sieht mich dumm. Okay. Oh, was ey. Oh, was ey. Das kann was werden. Ja, jetzt komm ich hier nicht mehr runter. Mann, wieso dreht er sich nicht weiter? Ey, verflucht doch mal! Tja, da waren die anderen Batman-Spiele einfacher. Ah, ich komm mir durch den Renndingern, überhaupt nicht klar. Die ganzen Batman-Dinger, ey. Die ganzen Batmobile-Szene, ey. Die sind für den Arsch. Die sind für den Arsch. Ja, toll. Jetzt hast du mich schön wieder rausgebracht, ey. Oh, Gott sei Dank. Es gibt keinen Ausweg. Ich fürchte, der Ausgang aus diesen Tunneln wird durch den Hakenlein kontrolliert. Dann muss ich kämpfen. Panzerung und Bewaffnung des Batmobils in diesem Tatsack nicht gewachsen. Ich aber schon. Ich finde einen Weg. Du hältst mich nicht auf. Du wirst hier unten sterben. Äh. Das war wirklich falsch jetzt, oder? Du kannst dich nicht von mir verstecken. Ja, wo bist du denn, Anna? Das hast du mir grad nicht angezeigt. Ja, wo bist du denn, Anna? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo bist du? Ja, wo bist du? Ja, wo bist du? Ich glaube ich. Ich glaube ich. Ich glaube ich. Du kannst nicht denn kommen. Ach so, der ist wahrscheinlich schon ein Problem. Ich muss mich mal auf den Ausgang, oder? Nein, der Ausgang ist das hier. ist er denn? wo ist er denn? er wird mir so angezeigt an der roten Zahl über der Karte da ist er doch kann ich ihn denn so herlocken? empfehle ich mich ziemlich vor ihm also hier bin ich sterben deine Waffen sind trotzlos das ist so schnell bleib einfach stehen ich wusste es ey man verflucht nochmal das ist ein gemerchen mit dem Dingle ey du kannst dich da unten nicht verstecken du bist alt vorhersehbar und hattest nie eine Chance schreien noch es ist nicht der der kaputt gemacht wo bist du denn mann einer Scheiße hier ich weiß gar nicht ob der so extrem schnell ist oder ob ich den besten mitgemacht machen kann